Was hast du eigentlich für ein Problem? Ähm, vor Ort läuft noch nicht. Ich will eigentlich jetzt gar nicht mit Rivano vor Ort weiter zocken, weil der quatscht sowieso immer dazwischen mit irgendwelchen Sequenzen. Da kann ich nicht seine Fräse beschreiben. Gar nicht wahr. Ich halte es vor. Guck. Ach, das ist die Box, ja. So ein schönes Game. Wirklich ein tolles. Ah, du musst ändern. Vor Ort oben reinsteigen. Das lockt auch noch. Oh, ist das so ein Maulwurfsratten, ne? Ekelhafte Viecher. So einen habe ich letztens gesehen draußen. Übel. Ja, okay, jetzt komm. Das ist ja Quatsch, was ich jetzt hier gemacht habe, weil das ist ja... Was mache ich denn? Äh... Mit Onkel. Oder was hast du jetzt reingeschrieben? Und? Ja. Ist mir auch schon aufgefallen, dass der Ladebalken so lang ist. Bin ich echt nicht. Machst du das wieder kleiner? Das ist überhaupt kein Ladebalken. Das hat doch kein Kreuz. Von Vorleute, ja klar war das ein Ladebalken. Das ist Levelanzeige. Das ist kein Ladebalken. Ja, aber... Ich bin eigentlich jetzt gar nicht, weil ich kann nicht lauter stellen. Ich kann kein Kind tun und das ist doof. Du hast einen Untertitel an. Nee, habe ich nicht einen. Mach an. Ich warte gleich nicht. Nö. Mach doch einen Untertitel an. Eigentlich würd ich das zu deinem Bild zu zocken. Dann renn bisschen sinnlos um, mach keine Story. Ich will das sehen. Kannst das wieder kleiner machen, Onkel, dass ich lesen kann, das ist... Steht doch dort. Ja, aber das ist doch das Bild so. Oh mein Gott. Da muss ich es selber angucken. Dieser kleine... Von... Äh... Spielstand. Von... Nein, es gibt keinen LP-Typ-Spielstand mehr. Aber dazu kommt noch ein Vlog. Ich finde das blöd jetzt. Echt. Ich hab doch gesagt, ihr habt Bock. Ich hab auch Bock. Schön. Ein bisschen. Das ist aber jetzt meine Story hier. Ja und? Mach doch. Mach deine. Ich hab meine... Lässt euch nicht da? Das ist doch. Das ist blöd, weil ich muss ja ganz leise drehen, dass ihr den Ton mithört. Ihr hört den schwarz zwar gut. Was hältst du, wenn du Kopfhörer aufziehst? Und dann? Dann hörst du den Ton. Du musst ja trotzdem leiser stellen. Du musst die Boxen leiser stellen, dann hörst du aber nichts mehr. Macht nichts. Macht nichts. Macht nichts. Macht nichts. Macht nichts. Macht nichts. Du hast den Kopfhörer mit. Ja, hab ich auch. Aber es passt schon. Und dann, wenn du mich noch hörst. Dunkel wäre es ein bisschen kompliziert. Ihr wisst es ja. Wenn es schon dunkel ist draußen. So. Wo ist die Boxen leiser? Ihr hört es ja trotzdem noch mit normalen Tonnen. Und ihm macht es nichts. Trails ist immer funny. Was ist Trails? Trails Fusion. Ach so. Was ist das? Wohin geht es da? Züge oder was? So ein Motorrad hin und das lachen. Oh Gott. Lass voll Leute viel zocken. Okay. Guck mal. Fällt mir das schon besser. Äh, mein Mac-Anzüge. Hast du so eine Batterie? Zeig doch mal kurz, wie du aussiehst. Boah, übel oder? Wie kannst du das drehen? Das ist wichtig. Das will ich in meinem LP zeigen. Mit dem Stick, Mann. Hey, warum hat der das denn nicht nach vorne gemacht bei mir? Bei mir hat der immer nur so zur Seite. Okay, weiß ich Bescheid. Also, falls euch jetzt wundert, mein Mac-Anzug steht daheim, weil ich, wie gesagt, keine Batterie habe. Kann man den mitnehmen? Hm? Den Mac-Anzug. Was? Kann man den mitnehmen? Den Mac-Anzug, hm? Den kannst du anziehen. Natürlich kannst du den Mac-Anzug anziehen. Ja. Das ist komisch. Ach so, du weißt du denn noch gar nicht? Ich hab nur davon gehört, dass es welche gibt. Stimmt aber vielleicht, ich werde mal bisschen die Welt durchsuchen. Boah, geil. Die Panzer, ne? Das sind die ganz alten. Oh, ne grüne Pflanzen. Sieht so. Ne, was halt so Pill, ne? Ein Rad, du stehst in Atommüll, ne? Aber ich weiß nicht, wie lange du aushältst. Wow. Ne Mega Mücke. So wird ne Mücke auch. Auf jeden Fall in der Welt aussehen. So geil gemacht mit dem Watson, ne? What's App ist das? Was? Könnt ihr euch die Regelung des Watson L1? Wohin? 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 Du bist versteckt, ne? Wohin? Deswegen, äh, läuft der geduckt. Ah, ja, ich hab die falsche Taste gedacht. Mach der nicht. Ich komm, ja, bitte. Das ist noch nicht so ganz klar. Da ist doch grad zum Einsameln, ne? Gut denn. Da auch den links. Links da rein. In den Panzer, genau da links. Da ist so ne Schachtel. Unten rechts. Rechts. Weiter geradeaus. Das ist doch hier. Ich dachte, du willst mich jetzt hier aufnehmen. Nein. Ich bin nicht immer böse zu dir. Guck jetzt einfach mal die Welt an. Ich mach doch, geht es doch nicht weiter. Da steht was. Unkel, kannst du bitte in die Kamera schauen und meine Frau sagen, was ich gewonnen habe? Sie glaubt mir nicht. Bitte mir den Namen des Games. How to survive 2. Hat er gewonnen. Hat er gewonnen? Das Kamera. Hm? Das Kamera. Das Kamera. Das Kamera. Ja, wir sollen's reinschauen und lächeln dabei. Ach, ich zur Ruf, ja. Hat er geschrieben? Schreib's mal schnell. Nein, die Freunde glauben ihm nicht. Das ist fast wie ein Lotto-Gewinn. Ach, die denken wir, du hast wieder Geld ausgegeben für ein Spiel oder was? Ach ja, nachlassen, genau. Sehr gute Idee. Alter, was ist denn hier los? Ich hab den Sargent gezogen. Ich hab den nicht gezogen, Sargent, ja. Ja. Glilis. Wo ist denn der Rest? Wo ist er? Drei. Die? Da steht was. Überzeugender Onkel. Ach so, überzeugender Onkel. Die glaubt's noch nicht. Ach, jetzt komm wieder auf. Ich muss mich ja überraschen. Überzeugender Onkel. Er hat es sich gekauft. Ganz heimlich, Sar. Das heute ist doch bloß, dass deine Freundin das nicht weiß. Im Onkel-Shop. Spul einfach zurück und dann kannst du's dir angucken. Ja. Kann aber noch nicht. Erst wenn's online ist. Der kann doch auf Twitch angucken. Da kannst du zurückspulen. Komplette fünf Stunden, wo wir zocken. Mhm. Spul zurück. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Und das Ganze? Ausgezeichnet. Self-Defense-Secrets. Was ist das? Oh, das ist gut. Charate. Und ja. Das wird auch nochmal auf YouTube veröffentlicht. Ja, bei mir und beim Onkel-Kanal. Mhm. 30 Parts oder so. So lange wie wir zocken. Jeweils 20 Minuten, oder? 14, 15 Parts. Locker. Ne, wir werden wir jetzt schon zocken. Chiesa-Bo. Ähm, seit der Uhrzeit kann man das sagen. Okay, warte. Und zwar geht der Stream schon sechs Stunden. Sechs und halb Stunden. Leck mir die Sek. Krass. Ey, komm, bevor du dich beim Angeln oder so. Merkt man gar nicht, wie die Zeit vergeht. Man sitzt da, hat die Angelroute in der Badewanne und wundert sich, warum kein Fisch anbeißt. Ein größeres Gebäude. Gucken wir mal da rein. Gut. Danke für die Antwort. Also ja. Ein größeres Gebäude. Drück mal zweimal X. Machst du dann auch so einen Todesprung nach oben? Du kannst ja nicht mit X springen. Das ist ja mein Problem. Dreieck, ne? Du kannst aber umstellen. Deswegen, ne, dann komm ich auch nicht mit einem Einzelnen. Das ist ja dein Geil. Glaubt es es jetzt? Un' wicked shipping. Un' weistues sich ó. Un' weistues sch Sim 몇 hool. Un' weistues yuh. Der Teil geht schon schneller ab als der Las Vegas. New Vegas? Ja, das meine ich doch. Das habe ich schon gemerkt. Ich habe auch das Las Vegas gezeigt. Da merkt man, dass du es nie gezeigt hast. Das ist New Vegas. Doch, ich kann es dir sogar zeigen. Nein, kann ich nicht mehr. Ich habe die Playstation 3 meine Schwester gegeben. Hallo? 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 Okay, wir hacken die Lasten. Eine bisserl Überzeugungskraft von mir. Ja mit, eine bisserl Überzeugungskraft von mir. Hä? Vollort können locker 200 Plus Folgen werden. Das muss euch klar werden. Das ist ein Brocken vom Spiel. Ja, also ich finde es super, mega geil. Oh, hacken. Ich will jetzt... Hier wurde es von Helm erklärt. Hier, ja. Kann ich dir auch erklären. Da hat ein Video rausgebracht. Okay, Lisa. Wendurch. Wendurch. Direkt beim ersten Mal. Du spielst Lotto. Schreib mir sofort die Lottozahlen auf dieses Taschentuch. Schreib sie auf sechs Zahlen. Das ist kein Taschentuch, das ist mein C war. Das ist für mich. Hast du verrotzt? Nee, geliegt. Achso. Deswegen die weißen Flink. Also cool ist, ich habe jetzt... Diesen Roboter habe ich noch nicht so ganz gerafft, muss ich sagen. Zwei Parts habe ich von Fallout raus und jeweils so 20, 22 Minuten und gar nichts erreicht. Also wird wahrscheinlich bei mir noch mehr als 200 Parts. Täglich 12 Uhr. Fallout ist schon cool. Ich kann jetzt hier... Das Ding verstehe ich nicht so ganz. Ich kann jetzt hier... Ich kann jetzt hier das Ding aktivieren. Das war mit der Legion. Ich war mit der Legion angeschlossen. Und die große Statue. Ich rede mit dir. Ich habe keine Ahnung von was du redest. Ja von New Vegas. Ich habe... Das war ein Scheißspieler. Du hast nicht gespielt. Nee. Kackspieler. New Vegas und Fallout 3 ist ein Scheißspieler. Bei Fallout 3 war das glaube ich mit der Atombombe. Da konntest du im Dorf entweder entschärfen oder hochgehen lassen. Aber die ganze Stadt... Persönlichkeitsmodus-Mail. So jetzt U-Bahn-Bekleidung. Rechtsvollzug. Feuerwehrmann. Erste Hilfe. Nimm mal Feuerwehrmann. Das klingt nett. Geh mal drauf. Was passiert denn dann? Dann soll ich jetzt den Feuerwehrmann nehmen? Wie wissen das das für eine Kacke ist hier? Klick doch drauf, dann siehst du es doch. Wir kommen bei... Erklär mir mal. Was ist das? Was hat das mit dem Scheiß? Was ist das mit diesem Scheiß Roboter hier? Das kaffe ich nicht. Der wird der Roboter am Feuerwehrmann. Der löscht ja alle Feuer. Die rennt rum. Wiu, 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 wiu. U-Bahn-Bekleidung ist auch cool. Dann geht er mit in die U-Bahn. Erste Hilfe wäre gut sinnvoll. Der heilt dich dann die ganze Zeit. Ja, hab ich vorhin so gehört. Ich hatte vorhin schon mal so ein Vieh gehabt. Ja, dann klick drauf. Und dann ist es im Raum stehen geblieben, das Vieh. Ja, weil du es nur dahin rennen musst zum Heilen. Außer Feuerwehrmann. Der geht rum und löscht Feuer. Mach mal Erste Hilfe. Okay. Ein paar zurückgesetzt. Ein Stück ein Grafischneide. Ah, erhält dich jetzt. Sollte hier. Mehrzweckprotektor. Drück mal X. X. Ach, weißt du was es ist? Wenn du später mal eine Stadt hast, dann rennen die bestimmte Patrouille und dann helfen die dir deine Stadt zu beschützen. Und einer geht dann rum und löscht Feuer, wenn einer brennt. Und nachts die Mollwurfracken kommen. Und, und, und. Und da ist eine Bergbank. Der sieht cool aus. Ein bisschen wie von Mace Runners. Und so. Bisschen aufpassen. Die Viecher. Es waren nämlich sozusagen in den Gebäuden. Und die stehen nämlich auch einfach auf. Die liegen da rum auf einmal. Und stehen da auf. Das ist ein geiles Gehen. Die sind cool. Die sind cool. Zombies. Ja, wirklich? Na, klein klein. Du bist so sinnlos. Nicht mal heilen kann er dich. Du bist noch verletzt. Und er heilt dich nicht. Ich finde aber diese Atmosphäre geil gemacht. Diese alten Geschichten. Oh, ein totes. Ein totes. Guck mal her. Das war so geil. Alter. Alter, aber es wird wie von. Von mittlicher kleiner Schützer. Ja. Ein Armgerieb. Du hast ja schlimmer als ich. Ich finde die Brutalität bei dem Spiegel. Kannst du locker meinen Armkopf abschieben. Geh mal zu deinem Heildoiden. Der heilt mich aber nicht. Hm. Ich glaube, du hast noch auf Standard wieder zurückgesetzt. Du hast mehrmals gedrückt gehabt. Du laber. Kein Witz. Du hast gedrückt. Auf Erste Hilfe doch. Und dann bist du nochmal auf Standard wieder. Nein, ich bin auf Erste Hilfe gegangen. Ich habe nichts Standard gedrückt. Du hast doch nochmal rumgedrückt paar Mal. Nein, habe ich nicht. Ich habe es doch gesehen. Kein Witz. Pack dir nochmal rein. Ich glaube, du hast ihn auf Standard wieder gesetzt. Ich weiß ja nicht, was der als Standard macht. Rumrennen. Habe ich doch gesagt, die Dinger finde ich schwach sind. Weil, ja. Weil du musst die erst, kannst du noch lernen wahrscheinlich, als Eigenschaft, dass du besser mit Computerzeug umgehst. Ich bin auf viel, viel. Und Sajj, du kannst doch die E-Mail zeigen, was du bekommen hast. Da steht es ja drinnen. Und herzlichen Glückwunsch geschenkt. Gekommen. Gekommen. Hast du gehört. Soll ich besser als den Licht? Das Licht. Dessen Licht. Dessen Licht. Boah, dieses Ding, das macht mich fertig. Haus kaputt. Ich gebe sie rein. Jetzt fällt auch nicht mehr ein. Ne, guck. Geh bitte aus meinem Raum. Da rennt ihr nur in dem Gebiet rum. Keine Ahnung. Ist doof. Du. 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 Was war das? Hilfst mir du. Du. Ah, da steht was. Hier war nur. Ja. Gib ihm noch ein Bier. Ich hab erst zwei. Der hat schon sechster. Nicht Ruhe? Was? Was? Nein. Ach so. Der Onkel kann nicht mehr, der Onkel kann nicht mehr lesen. Ach so. Ich sag ja. Der Rewano, der Larko, gib ihm noch ein Bier. Ja. Das schlafe ich wirklich gleich am Tisch hier. Ach so. Ach so. Du warst ja hier noch in dem Gebiet. Der hat Standard gedrückt. Ich hab's genau gesehen. Rewano, machst du da auch ein Bier auf Ex? Wieso ein Bier auf Ex? Ist das die Challenge? Naja. Naja. Ich hab's gut. Nee, ich hab's nicht. Hm? Ich bin kein Bier trinkender deswegen. Ich bin, ich trinke die Rauchern. Ich bin ganz selten. Ich hab jetzt. Und das noch mit, verdient mit Cola. Oh, ey. Passt mit Sport nicht zusammen. Ich bin eigentlich sehr, 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 sehr. Aber jetzt mal so für uns schöne Abend, so. Zwei Bierchen ist okay. Wir haben gut gegessen. Soße. Soße mit Schickengeräuschen. Soße mit Schickengeräuschen. Soße geblieb. Ach so. Wecker den Kopf. Und gut. Aber du bist satt geworden, ne? Ja. Kannst auch mal was loben das sagen? Der ist geschafft vom Essen. Der kann nicht mehr reden. Ich kann mit Soße mal zu reden. Soße. Die ist morgen weg. Wir hatten echt eine Auflaufform voll Soße. Und da drinnen wollen wir irgendwo Schickengeräuschen. Er wollte 1,5 Kilo Käse da drin haben. Ist ja klar, dass das flüssig wird. Ja. Der Käse macht sowas nicht flüssig. Doch. Der macht das richtig flüssig. Das Wasser, was man da zu kriegen für die Soße. Die macht das richtig flüssig. Da waren so Tüten, ja. Das war jetzt nicht von Maggie Cornelius oder sowas. Pass auf, jetzt schiebt er bestimmt meine Frage auf. Nein, nein, das nicht. Nein, die Tüte ist schuld. Weil wir haben nämlich... Die Tüte ist schuld. Ja, wir standen hinten drauf 2 Liter Wasser. Die Tüte ist schuld. Ja, die Tüte ist schuld. Das ist nochmal reingetan. Der Topf. Der Topf war schuld. Ja, er hat die Konsistenz nicht gefestigt. Er kam an, ich koch, ich kann kochen. Ja, kann ich auch. Ihr habt doch alle gegessen, ihr lebt noch. Wir haben getrunken. Und wir haben so viel gekocht, dass es immer noch da ist. Ja, wir haben getrunken. Getrunken. Es gab kein Messer an Gabeln, nein. Ein Löffel war es. Genau. Wir haben aus Gläser gegessen. Ja, es gibt es. Oh Gott, ey. Mit dem Trichter direkt in den Magen. Hätte ich da mal gemacht, ey. War ziemlich heiß. Und mir ist kalt, ich mach mal Fenster auf Kippe. Zieh mal ein Pullover an. Hab ich. Wie viele Pullover soll ich noch anziehen? Oh, hier sind wir so ein Vieh. Ne blä Fliege. Ne blä Fliege? Oder ist noch mehr? So drei blä Fliege. Jetzt habe ich schon gesehen bei dem Game, weil so weit bin ich ja noch nicht, dass es alles für geile Waffen gibt. Sniper, Wiper. Hätte ich selber aufgemotzt, ne? Ach, selber? Ja. Du kannst auch dieses Watts anmachen, dann musst du nicht die ganze... Mein Gott! Kannst du auch Rewano nennen, aber Gott ist nett von dir. Scheiße, wir sind doch totales Eigentor. Oh, dieses Scheiß. Ja. Schieß mal den Arsch ab. Und platzen die. Boah, das sieht geil aus im Gesicht. Guck wie die platzen. Wenn ich hier zuhause von den Mücken gejagt werde, roll halt die auch los. Alter! Alter! Wo? Der Onkel wird getiltert vom Stechmücken hier. Wahnsinn. Das passiert immer noch die ganz alte Nachladetechnik mit der Schraube da drin, ne? Was bist du? Da oben ist eine Schraube in der Waffe drin. Sagt er, das ist doch die ganz alte Nachladetechnik, oder? Aber was lachst du hier so dreckig? Wenn ich gesagt hab, was bist du, dann sagst du, da oben ist doch eine Schraube drin. Nein, warum ist das nicht? Kleiner Diss heißt das. Hm? Hm? Gewitter? Was für ein Gewitter? Ja, mit sechsen, äh, sechsenhalb Stunden sind wir also. Sieben Stunden, dann können wir locker vor. Ist schon, schon top. Boah, was ist hier das? Radioaktiv, da unten ist so ein Brunnen. Der Radio ist aktiv. Ich will doch jetzt rein an die Kiste. Das, das Kabel. Nein, nur noch entspernten. Du bist hier zu wild, du musst das mal zärtlich machen. Wieso? Zärtlich. Der Ongel ist so wild. Ohne Witz. Hören musst du mit dem Schlüssel. Du musst es fühlen, wie das aufgeht. Was hat das? Ich hab keine Ahnung. Du musst die Sprache. Du kannst den Sprache. Du bist nicht zusammen. Du hast ein Sprache. Du musst die Sprache. Du musst die Sprache. Du musst die Sprache. Hörst du dich hier auf jeden Fall. Du musst die Sprache. Du musst die Sprache dann nase rutszen. Wenn du dich lieber so wirst. Als du dann töflich bist. Komm vom Lachen. Wieso? Das ist ja nichts anderes. Du rutsst ins Bild. Ich hab sogar Videos. Ich rutsst es. Dann hat er noch mit dem Zahnstörer seine Zähne gesäubert. Ich wollte schon sagen, ich wollte gleich mal eine Zahnbürste. Ich mache mal einen Live-Vlog hier mit, wie putze ich mir die Zähne oder was. Ach so, also jetzt alle, die Zahnstörer benutzen, Leute, die keine Zähne benutzen? Krass. Du glaubst jetzt da drauf. Du hast gerade gesagt das? Nein, überhaupt nicht. Ich habe gesagt, da könnte ich doch die Zahnbürste auf, weil ich habe ja keine Zahnstörer. Die Bistenzahnstörer. Nein. Ich bin breit. Viel breiter. Was? Okisch? Meine Freunde, ich bin dann mal... Was? Ach, off. Wurde ich schon gleich da? Ja, auf jeden Fall. Ja, super. Schön, dass du dabei gewesen bist. Du warst ja auch super lange dabei. Echt top. Und herzlich willkommen zum Gewinn. Und vielleicht sieht man sich ja. Dann knüppeln wir ein paar Zombies weg. Na ja, echt. War echt super. Boah, ich bin... Das ist echt lustig. Man kann das nicht so... Also, okay. Also, okay. Ahhhh. Der Rastler aus, hast du angeschossen? Scheiße. Ich glaube, ich nicht töten soll. Ach, der mit dem Biot-Explos. Das letzte. Fuck. Ach, Mann, jetzt habe ich bestimmt auch eine Person angeschossen, die sie so ansprechen kann. Ach, Mann, ey. Nee. Das war das Geräusch. Das war das Geräusch. Das war das Geräusch, das du vorhin gesagt hast. Ich gehe aber weg. Die erkennt mich nicht mehr an. Ach, das ist doch kacke. Ja, das war das Geräusch. Ich habe ja... Ich muss eigentlich noch mal einen letzten Save Game. Mach. Weil jetzt habe ich schon wieder eine Person... Ich jage dich dann immer, oder was? Es geht zu schnell bei dem Spiel, dass du auf einmal Person, die dann später die Mission geben, auf einmal erschossen hast. Ja, das Problem ist, wenn du jetzt die Kampagne machst, so, mit Let's Burn, das verboxt du, dann bist du am Arsch, oder? Kannst du mit denen nicht mehr reden? Richtig. Jetzt das lebt halt noch mal. Haben die keine Vergessenheitszauber oder so? Oh, sorry, war das okay. Oder du kannst auch mit Charisma, kannst du doch auch mit denen reden, kannst du denen nicht sagen, ey, das war nicht so gewollt. Du bist ein Sanfter. Ich muss jetzt da hingehen. Ich tue lieber da vorzunehmen. Nein, ich glaube nicht. Hey! Ja, siehst du. Möchte ich dich einmal ansprechen? Ja. Ah, okay, gut. Ja, das ist selbstregenerationsfähig. Habe ich mal gleich mal ansprechen können? Ja. Ich weiß nicht, wo mir vorbeigelaufen ist. Ah, pump mal ein bisschen Wasser. Ey, ich kann jetzt relatives Wasser saufen. Musst du da nicht da drunter stellen, der Helder? Der knippert, ne? Der pumpt und pumpt, wie so ein Wahnsinniger. Ja. Können wir eigentlich mal ansprechen, haublech sogar neben dem Siegenden. Obwohl, wir sprechen jetzt genau. Okay, wo gehen wir denn jetzt mal hin? Das sind bestimmt alle die. Guck mal mal die Karte. Guck mal hier so. Guck mal die Karte. Ah, die Kuh, kannst du melken? Hey, eine doppelte Kuh. Sind zwei auf einmal. Alter Schwede. Boah, das ist cool gemacht. Radioaktive. Ja. Nah, 200. 200 Jahre. 200 Jahre. 200 Jahre alt. Ja, echt. 2 Onkel, ja. Dann da reden. Ein bisschen aufs Gewicht gehen. Dann geht man aufs Gewicht gehen. Wo gehen wir denn hin? Jetzt ist erst die Kuh im Bild, krass, ich seh das grad oben, wenn wir zwei Bildchen... Da ist das schön leergeweilen. Wie viel Delay da drin war? Da hinten ist die Fabrik, wo wir vor uns waren. Wie richtig laufen denn mal? Machen wir die Karte? Hm? Karte! Ich dachte mir, wo ich hin glaube ich. Die Map, ich will wissen, wo du bist. Ja. Ja, der Lauf rechts, rechts ist vorbei. Wollen wir die Karte schon? Ja. Keine Ahnung. Das Krasse ist dann halt, wo du deine Stadt aufbauen kannst. Hast du schon gemacht? Ein bisschen was. Wie ist das? Wie ist das? Ich glaube aber hier schon. Nein, wie das ist. Ist das cool? Ich kann dir grad keine Antwort drauf geben, weil ich nicht weiß, was ich da drauf antworten soll. Wie das ist. Ja. Macht Spaß einfach zu bauen. Wir sind aufbauen. Cool. Ja, das wollte ich dann lassen. Was Gutes. 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 Gutes überlegen. Oh, drei auf einmal weg. Sind alle weggegangen. Ja, langsam, ne? Ja, da haben wir ja lange nicht. Ja, lange geht das hier runter, ne? Ja, lange geht das hier runter, ne? Die sind geschworen. Die kommen doch meistens im Rudel. Ja. 21 Grad sind das. Gucken wir mal das Gute durch. Ja, wenn wir 20 Minuten Parts machen, kriegen wir 21 Stück raus. Eine Brücke. Oh. Eine Brücke. Hast du gehört? Eine Brücke, hm? Ich sag, wenn du da 20 Minuten Parts raus machst, kriegen wir 21 Stück raus. Was ist das denn? Was ist das denn? Also 21 Parts. Wie ich sag, dann mal aufs Gewicht mitkommen, dass ich dann auch vorher heranlöfe, bevor ich das Gewicht vorhabe. Mhm. Ich bin hier noch sehr, sehr schwer am Geizen wegschmeißen, weil du jedes einzelne Scheißstück, was du hier einst, also jede Blechdose, jede Flasche, kannst du dann in deine Gebäude reinstecken. Okay. Hallo, Sonja? Ssonja? 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 Ist ja die lieb. Ich glaube, das sind ein Wider, oder? Mhm. Hallo, Ssonja? Wie ist ein Siegler? Hi. Wir spielen wieder. Hi. Ich wünsche, wenn es nach einem Dialog fehlt. Es gibt nur zwei Prozent der ohne leeren Magen. Das ist doch mal wieder hell, das ist doch nicht schön. Der ist jetzt noch da von euch. Ach so, kann man das sehen? Der Crashy ist noch da, der Matze ist noch da und der Lenny ist noch da. Cool. Obwohl da bestimmt einige davon auch nicht mehr da sind, aber eigentlich 10 Jahre dieser Mod. Alter, hast du vielleicht noch liegen? Kein Wunder, dass du sofort voll bist. So, okay, dann kann ich auch schon wieder nach Hause gehen. Was sollst du sagen, der Mod zählt? Du hast ja gesagt, der Mod zählt. Der Mod, der Mod, ja. Hm. Jetzt muss ich so lahm aus, ich nach Hause laufen. Echt? Dauert ja nur drei Tage. 89 Meter los? Hm. Ne, ne, die nicht stimmt. Du trägst zu viel, das ist dieses Skyrim tragen. Ich bin hier echt überschwer, aber... Ja, der Heimweg wird wunderschön. Langsam. Langsam. Langsam bitte. Mhm. Der alte Dampfer hier. Wie ist der? Bestimmt. Nee, da riecht aber echt gut. Das Dampfzeug. Ich bin immer so übelst. Wie geht's dir, Crash, wenn du hier zockst und dein Gefall hast, musst du da wegschmeißen. Weil du kannst da jedes Scheiß Ding als Beuteil benutzen. Ich bin da so geizig. Ich bin doch bei der Fabrik, wo man die Fabrik machen soll, kann ich am Anfang. Ich bin doch tausendmal zurückgereist, um mir die ganzen Sachen nach Hause zu holen.